Ich warte jetzt schon seit heute früh um 6 Uhr. Wir reichen. Puh, Wilhelm. Es muss doch ein Platz geben, wo der Mensch hingehört. Was willst du denn im Polizeirevier? Da ist doch nichts zu holen. Da findest du alles, was du zum Leben brauchst. Heute findet doch eine Entlassung statt. Dich haben sie nicht befordert und mich befordern sie an die frische Luft. Kleiner machen Leute, da ist was Wahres dran. Ich bin Hauptmann. Das kann jeder sagen. Ohne Abzeugen bist du für mich ein ganz dämlicher Zivilist. Das ist keine Uniform mehr, das ist ein Stück vom Mensch. Ein Mensch bist du überhaupt nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Wenn die Uniform allein spazieren gehen würde, ich sage Ihnen, jeder Soldat würde sie grüßen. Äh, gut. Herr Hauptmann. Die Einländer werden geschlossen. Der Ladivomstustand. Der Ladivomsttestand.